In den nächsten Minuten werde ich euch zeigen, wie ihr diesen richtig coolen Verlauf bei so Karten mit CSS generieren könnt. Das Ganze ist ziemlich simpel und das ist das Ergebnis, was wir haben wollen. Wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, sehen wir, wir haben einen richtig coolen Lichteffekt auf den Kanten, ähnlich wie bei Windows 10 damals, aber auch einen richtig coolen Verlauf. Wie das Ganze funktioniert, die Theorie und die Praxis dahinter, seht ihr in den nächsten Minuten. Also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um JavaScript, CSS und HTML und zwar werden wir damit einen richtig coolen Spotlight-Effekt bauen, den ich vor einiger Zeit auf einer Webseite gesehen habe und ich dachte mir, das müssen wir auf diesem Channel mal dekonstruieren, um zu verstehen, wie dieser coole Effekt funktioniert. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Discord. Dort könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinn austauschen und ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß, auf geht's. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir unseren Effekt wirklich bauen können, sollten wir verstehen, wie er eigentlich funktioniert und was unser Ziel sein wird. Wir sehen hier sechs Kacheln. In der Regel gibt es daher einen Wrapper und natürlich die sechs Kacheln, die als Basis für unseren Effekt dienen. Grundsätzlich habe ich jetzt weiter einen Gradient, einen Kreis mit so ein bisschen Verlauf, was so ein Lichtpunkt, so ein Spotlight simuliert. Und wenn ich meine Maus bewege, dann bewegt sich dieser Spotlight mit über die sechs Kacheln. Allerdings ist dieser Spotlight ja immer nur in einer Kachel zu sehen. Deswegen müssen wir in irgendeiner Form auch einen Overflow hidden oder eine andere Form der Begrenzung dieses Spotlights berücksichtigen, sodass nur dieses Spotlight immer zu sehen ist in unserer Kachel und der Rest abgeschnitten wird. Das nächste, was wir machen wollen, ist, wir haben hier grundsätzlich, wenn wir jetzt mal eine Kachel ein bisschen genauer betrachten, einen so einen Glanz-Border-Effekt. Und den erzeugen wir auf dieselbe Weise. Wir haben also zwei Spotlights, haben aber hier ein zweites Element, was uns nur die Border generiert. Allerdings wird diese Border nicht mit einer wirklichen Border generiert, sondern es ist ein wirkliches Element, was überdeckt wird von einem dritten Element. Also jede dieser Kacheln besteht eigentlich aus drei Ebenen. Einmal einen Container, den wir gar nicht so richtig sehen, der für uns aber wie eine Border wirkt. Dann haben wir einen Container, der wirklich vollflächig ist, das ist unsere eigentliche Box. Und einen Content, der ganz vorne liegt, der später unseren Inhalt unserer Kacheln umfasst und den wir eigentlich als eigentliche Box wahrnehmen. Die anderen beiden simulieren uns quasi nur eine Border, damit wir dort denselben Gradient-Effekt benutzen können. Wie das jetzt alles funktioniert und wie wir das machen können, gibt es jetzt im nächsten Teil. So und los geht's als erstes mit einer Erklärung meines Setups. Hier sehen wir Visual Studio Code, hier an der Seite sehen wir Chrome. Die ganzen Dateien hier an der Seite ist meine Standard-Entwicklungsumgebung. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort könnt ihr das nachbauen und auch starten. Dort erkläre ich auch in einem Video ziemlich explizit, warum das so ist, wieso wir das so nutzen und warum es ganz praktisch ist. Ich habe hier noch nichts vorbereitet, das ist Plain Default, ihr könnt das so bei euch aus GitHub ziehen. Und wir legen jetzt los mit den ersten Schritten unseres Effekts. So, das erste, was wir natürlich brauchen, wenn wir in irgendeiner Form diesen Effekt nachbauen wollen, ist natürlich Kacheln und das ist unser erster Step. Hierzu erzeuge ich mir eine Diffbox mit der Klasse Cards. Das ist unser Wrapper, von dem ich ja vorhin gesprochen habe. Und hier drin erzeuge ich mir eine weitere Diffbox mit der Klasse Card und davon sechs Stück, weil wir wollen sechs Card-Elemente haben. Wenn ihr mehr oder weniger habt, könnt ihr natürlich das hier modifizieren, wie ihr wollt. Dieser Effekt ist auf gar keinen Fall auf die Anzahl der Cards beschränkt. Persönlich sollten es aber schon ein paar sein, damit der Effekt wirklich gut wirken kann. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert hier erstmal nichts, weil wir noch nichts gestylt haben. Unseren Style fügen wir jetzt ein, indem wir als erstes auf unseren Rapper zugreifen, auf die Klasse Cards. Hier sagen wir, wir würden gerne unsere Childs, die wir darin generieren wollen, per Flex ausrichten. Also sagen wir Display Flex, Flex Direction Row und Flex Rap, damit unsere Elemente entweder in einer Zeile nebeneinander oder, wenn sie nicht genug Platz haben, wegen Rap untereinander angeordnet werden. Außerdem sollten sie generell zentriert werden. Das finde ich einfach schöner. Könnt ihr aber weglassen, ist für diesen Effekt nicht sonderlich wichtig. Hier drin kann ich jetzt auf meine Child-Elemente zugreifen. In unserem Fall sind das ja unsere Card-Elemente. Diese bekommen jetzt von mir eine Weite und eine Höhe. Wenn ich das mache, sehen wir hier aber erstmal nichts. Hierfür muss ich erstmal eine Hintergrundfarbe einbauen. Jetzt sehen wir hier auch etwas. Wenn ich jetzt ein bisschen Abstand zwischen unseren Elementen, mit Hilfe von Gap und dann 0.5 Rem, mache, dann sehen wir, wir haben hier einen Abstand dazwischen. Und ich kann jetzt noch einen Außenabstand, beziehungsweise Innenabstand unseres Rappers und Außenabstand unserer Karten mit Padding 2 Rem und 90% Whiz definieren. Und damit haben wir ein bisschen Abstand hier drin erzeugt. Und warum das wichtig ist, prinzipiell wollen wir so einen Border-Effekt haben. Und wir brauchen die Möglichkeit, dass unser Rapper größer ist als unsere eigentliche Child-Elemente, damit ich, wenn ich mit der Maus hier neben bin, schon diesen Border-Effekt auslösen kann. Dafür brauchen wir dieses Padding. Prinzipiell, was ich jetzt noch machen möchte, ist einfach Optik. Ich würde gerne, dass unsere Karten auch ein Border-Radius haben. Jetzt habe ich hier meine Karten generiert und wir können weitermachen mit dem nächsten Step, nämlich wie wir da diesen Gradient-Effekt einbauen können und wie wir den auch animieren. So, die erste Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie erzeugen wir hier drin denn bitte ein Gradient? Weil diesen Gradient brauchen wir und diesen Gradient wollen wir ja, wie gesagt, auch animieren später. Hierfür haben wir die Möglichkeit, statt Background-Color, Background zu benutzen. Und hier erzeugen wir uns jetzt ein Radial-Gradient. Und das erste, was wir machen, ist, wir sagen, okay, wie groß ist dieser Gradient? Ich sage in meinem Fall einfach 100 Rem. Ihr könnt das aber manipulieren, wie ihr möchtet. Außerdem möchte ich sagen, es handelt sich dabei um einen Circle, der in einer bestimmten Position gezeichnet werden soll. Und die Position beschreibt sich natürlich durch X und Y, also zwei Werte, in meinem Fall 100 Pixel und 100 Pixel. Ihr könnt hier natürlich andere Werte reinschreiben, aber ihr werdet gleich sehen, warum ihr diese beiden Werte eh nicht brauchen werdet. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Farbe, in meinem Fall zum Beispiel ein Blauton. Und wir müssen natürlich die Transparenz beim Gradient angeben. In diesem Fall sage ich 15%. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, sehen wir, wir haben hier drin ein Gradient erzeugt. Wenn ich jetzt die Position verändere, verschiebt sich dieser Gradient. Und ich kann das aber noch ein bisschen verschönern, beziehungsweise ein bisschen verbessern, indem ich zum Beispiel sage, okay, lass mich doch hier einfach mein Gradient noch ein bisschen verändern. Zum Beispiel kann ich die CI Blue hier durch ein RGBA anpassen. Jetzt ist der weg. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage 0.4, dann ist unser Gradient an sich etwas schwächer. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, unseren Gradient mit zwei verschiedenen Transparenzparametern anzupassen. Ihr seht, was hier passiert, wenn ich diese Werte verändere. Hiermit könnt ihr ein bisschen rumspielen, wie euch das am besten gefällt, um das in euer Design am besten einzubauen. Aber wie können wir jetzt diesen Gradient bewegen? Wir müssen den ja irgendwie, wenn wir mit der Maus hier rumgehen, anpassen können. Hier kommen CSS-Variablen ins Spiel. Wenn ich zum Beispiel auf meinem Parent, also unseren Cards, eine Variable definiere, zum Beispiel sage ich hier Y-Position mit 100 Pixeln und dasselbe mache ich jetzt auch noch einmal für die X-Position, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, diese Position würde ich durch eine CSS-Variable anpassen, nämlich zum Beispiel in diesem Fall die Position X. Natürlich muss ich das Ganze jetzt auch noch für die Y-Position machen und kann das hier einfach anpassen, indem ich sage, okay, nimm die Y-Position. In diesem Fall sehe ich jetzt hier unsere drei Gradients und wenn ich die Position in unserer Variablen verändere, passt sich unser Chai dementsprechend an. Wir haben also die Möglichkeit, in unseren einzelnen Karten auf die Position unseres Parents zuzugreifen. Das ist ziemlich cool. Und das hilft uns auch, das zu animieren, weil wir können diese Variablen mithilfe von JavaScript definieren und bei einem Mouse-Over bzw. einem Mouse-Move animieren und damit anpassen. Und das ist der nächste Step, den wir vorhaben. So, los geht's mit unserem JavaScript-Part. Das erste, was wir brauchen, ist unseren Wrapper. Unser Wrapper ist einfach eine Variable Wrapper von Document QuerySelector.Cards, also unseren Wrapper, der alle Karten umfasst, diese Div-Box hier. Das nächste, was wir brauchen, unser Wrapper braucht einen Event-Listner. In unserem Fall den Event-Listner Mouse-Move und dieser triggert natürlich eine Funktion. Wir können uns diese Funktion auch einfach mal ausgeben, indem wir zum Beispiel sagen, gib uns die X-Position unserer Maus. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und unsere Konsole öffnen und hier drüber gehe, sehen wir, wir bekommen unsere Maus X-Position ausgegeben. Das funktioniert natürlich auch mit Maus Y. Was wir jetzt machen können, ist, wir können auf unsere Card zugreifen. Also ich sage jetzt hier einfach mal unseren Wrapper und unser Wrapper bekommt von uns jetzt einen Style. Aber dieser Style ist natürlich nicht so für sich stehend, sondern wir setzen jetzt eine Style-Property. Und diese Property beschreibt sich aus zwei Parametern, die wir übergeben können. Nämlich einmal zum Beispiel unsere X-Position als Variable und dann anschließend unsere per JavaScript bestimmte X-Position, die wir hier haben. Diese X-Position ist einfach unser Client X. Und wenn ich das jetzt so abspeichere und ich unseren DOM einmal öffne, wo ist es, da ist es, und ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, dass unser DOM eine Style-Variable gesetzt bekommt, die wir jetzt animieren. Also wenn ich hier bewege, seht ihr, unser Hintergrund animiert sich schon. Der einzige Unterschied ist, dass sich dieser Hintergrund nur auf der X-Achse bewegt. Das können wir natürlich noch ein bisschen modifizieren, indem wir sagen, wir haben auch noch unsere Y-Position, die wir ebenfalls mit unserer Y-Position hier animieren wollen. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, unsere Position wird animiert. Aber ihr seht auch einen weiteren witzigen Effekt, dass alle Karten sich gleich animieren. Und das wollen wir nicht. Wir wollen quasi, dass unsere einzelnen Karten, damit wir diesen Gradient hier an der Seite erzeugen können, also unsere leuchtende Border, muss quasi jede Karte erkennen, wo der Lichtpunkt in den Geschwistern, also in den anderen Karten ist. Wir müssen also unsere Position, diese Style-Position von unserem Parent wegziehen und auf unsere einzelnen Elemente legen. Und wie können wir das machen? Wir nehmen hierfür unsere einzelnen Karten. Dafür brauchen wir eine weitere Variable, Cards mit Document, Query Selector, Card. Damit haben wir alle unsere sechs Karten selektiert und können jetzt mit einer Loop in unsere Maus Event hier einfach drüber gehen. Also wir gehen jetzt durch jede einzelne Karte und können dann auch sagen, okay, wir würden jetzt unseren Style gerne direkt an unsere einzelne Karte und nicht an unseren Parent binden. Wenn ich das Ganze jetzt mal abspeichere und hier drüber gehe, sehen wir, jetzt hat der Style immer unsere einzelnen Kartenelemente und nicht mehr der Parent. Und das bedeutet, es funktioniert schon mal ein bisschen besser. Allerdings noch nicht so richtig gut. Ihr seht einmal, dass wir so einen kleinen Offset haben, also dass die Position unserer Karte nicht so richtig, also die Position unseres Gradients nicht so richtig zu der Position unserer Maus stimmt. Und das müssen wir jetzt berechnen. Hierfür bestimmen wir jetzt die Position unserer einzelnen Karte. Das machen wir über eine Variable. In diesem Fall nenne ich die einfach Rectangle. Und hier sage ich, okay, gib mir per GetBoundingClientRectangle die relativen Position unserer einzelnen Karte, die wir in diesem Event, also in diesem Loop-Durchlauf, einmal betrachten können. Hierfür sage ich jetzt, okay, wir wollen die X-Position berechnen. Und die X-Position, die wir berechnen wollen, besteht einmal aus unserem Event, also unserer eigentlichen relativen Mausposition, sowie quasi der X-Position unserer eigenen kleinen Karte. Also in dem Fall sage ich jetzt hier zum Beispiel Left. Das nächste müssen wir einmal kopieren, weil wir haben das ja auch mit Y, haben hier Y und haben dann natürlich hier nicht Left, sondern Top. In dem Moment ersetze ich hier unten unsere Zuweisung durch X und Y und verreferenziere quasi nur noch indirekt die Mausposition. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, dass der Gradient perfekt zentriert ist und auch der Gradient hier oben von der anderen Karte perfekt mitläuft. Also jede Karte berechnet jetzt, wenn ich das mal schließe, immer ganz perfekt, wo unser Gradient ist, sodass wir einen richtig schönen Spotlight-Effekt bekommen, weil der Background bei einzelnen Karten eventuell so weit weg ist, dass er quasi gar nicht mehr zu sehen ist in der eigentlichen Karte, weil er so weit nach unten oder nach oben oder nach links oder rechts verschoben ist. Damit haben wir unseren Gradient-Effekt, der sich schon wunderbar animiert und auch, wie ihr seht, auch abgeschnitten wird und nicht mehr immer zu sehen ist. Aber wie kriegen wir jetzt diesen schönen Licht-Effekt mit den Borders hin und auch allen anderen lustigen Effekten, die ihr gerade in der Demo gesehen habt, das gucken wir uns jetzt in CSS noch ein bisschen genauer an. So, das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist dafür zu sorgen, dass unser Gradient nicht immer zu sehen ist. Als Erstes löschen wir dafür einfach mal das hier raus und öffnen zusätzlich unsere Index-HTML, weil, wie am Anfang gesagt, besteht unser Card-Element nicht nur aus einem Diff-Container, sondern aus mehreren Elementen, weil jedes unserer Childs quasi hier, also jede unserer Karten, hat in diesem Fall noch eine weitere Diff-Box mit der Klasse Card-Content. Also muss ich das hier quasi sechsmal duplizieren, damit wir insgesamt sechs Karten haben und jede davon hat einen Card-Content. Unser Effekt funktioniert jetzt immer noch. Wir wollen jetzt aber unsere Border animieren und in dem Moment muss ich unser Card-Content ansprechen, sage also, okay, unsere Card hat einen Child, nämlich Card-Content und unser Card-Content hat einen 100% deckenden Hintergrund, außerdem ein Border-Radius, der vererbt wird von unserer eigentlichen Karte, natürlich auch ein bisschen Animation, damit wir später zum Beispiel einen Mouse-Over-Effekt oder sowas animieren können und wir wollen hier vor allem sagen, wir haben eine Höhe und eine Weite, die ein ganz bisschen kleiner ist als unsere eigentliche Karte. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, dass hier am Rand unser Lichteffekt zu sehen ist und unsere eigentlichen Karten quasi 100% deckend sind. Wenn ich jetzt hingehe und alle Childs unserer Karte mit Display-Flags zentriere, dann haben wir quasi eine Border, die einfach so komplett umzugeht. Also das sieht doch schon mal wunderbar aus. Wir können jetzt also unsere Border schon mal wunderbar animieren mit so einem Lichteffekt. Das können wir jetzt natürlich noch verstärken, indem wir mit diesem Lichteffekt ein bisschen rumspielen, um zum Beispiel diesen stärker oder schwächer zu machen. In meinem Fall möchte ich gerne, dass standardmäßig, wenn wir diesen Lichteffekt haben, dass der gar nicht zu sehen ist. Also der ist komplett null und nur wenn wir mit der Maus über unser Element drüber gehen, sagen wir, okay, dann wollen wir einen Mouse-Over benutzen auf in diesem Fall unsere Card und in unseren Cards wollen wir jetzt unseren Gradient ansprechen, allerdings zum Beispiel mit einer viel stärkeren Deckkraft. Wenn ich jetzt hier rübergehe, seht ihr, wir haben einen viel stärkeren Effekt. Es sieht aus wie eine Border, aber es ist eigentlich gar keine Border. Es ist eigentlich der Hintergrund unserer Card und das ist quasi der große Effekt, den es dahinter gibt. Was leider nicht funktioniert, ist, dass der Content transparent ist. Wer sobald ihr nämlich den Content transparent macht, also diese Content-Klasse hier unten, nicht 100% deckend ist, werdet ihr immer diesen Hintergrundverlauf sehen. Aber wenn wir uns das jetzt angucken und hier diesen Effekt haben mit dieser Lichtkante, wie kriegen wir denn jetzt hier unseren Gradient rein? Weil in dem Beispiel, was wir hier haben, sehen wir, wir haben hier diesen Gradient, der auch zu sehen ist, neben dem Lichteffekt. Und dafür brauchen wir ein weiteres Element, nämlich ein sogenanntes Pseudo-Element, was wir mit Before generieren. Aber wie das funktioniert, gibt es im nächsten Kapitel. Das, was wir jetzt machen wollen, unsere Card bekommt jetzt ein weiteres Schalt, nämlich ein sogenanntes Pseudo-Element mit Doppel-, also zweimal Doppelpunkt und dann Before. In dem Moment muss ich sagen, unser Pseudo-Element hat Content leer und eine Weite und Höhe von 100%, also es soll genauso groß sein wie unser Parent, in unserem Fall unsere Card. Außerdem muss ich mit Position Absolut dafür sorgen, dass unser Element überhaupt zu sehen ist und mit Top Left die Positionierung. Damit das jetzt alles korrekt positioniert wird, braucht allerdings unsere Card ein weiteres Attribut, nämlich Position Relative, damit unsere Card als Ausgangspunkt für unser Before-Element dienen kann. In dem Moment, wenn ich das getan habe, sage ich jetzt auch, unser Before-Element soll ebenfalls Border Radius von unserer Karte vererbt bekommen und außerdem ein Hintergrund. Und diesen Hintergrund kopiere ich mir einfach, weil er genauso aufgebaut ist wie die restlichen Hintergründe. Der einzige Unterschied, ich mache das ein bisschen kleiner und ich habe hier ein bisschen weniger Deckkraft drin. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, ich habe jetzt wieder einen Gradient-Effekt erzeugt, der zusätzlich zu unserem darunterliegenden Hintergrund Border Gradient funktioniert. Wie das zusammenspielt, wie deckend das ist, wie groß und klein der Gradient ist, das ist eure Geschmackssache. Also ihr könnt mit diesen Gradients hier rumspielen und einfach die jeweiligen Optionsparameter verändern, wie ihr das möchtet. Wir wollen jetzt, dass unser Gradient aber nur in der aktuell aktiven Karte selektiert wird und dafür sagen wir, standardmäßig ist unser Before-Element gar nicht zu sehen, mit Opacity 0, also gar nicht deckend. Dann sage ich, ich habe hier auch noch eine CSS Transition drauf, einfach auf alle Elemente mit 150 Millisekunden und Ease In, Ease Out. Wenn ich das so gemacht habe, dann können wir jetzt unsere Karte ansprechen und sagen, wenn wir mit der Maus über einer unserer Karten sind, dann würden wir gerne einmal unser Before-Element mit Opacity 1 versehen. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier rübergehe, sehen wir, unser Hintergrund ist nur noch in der Karte, über der ich gerade mit der Maus bin, zu sehen. Der Rest ist unsichtbar. Was wir jetzt auch noch machen können, ist zu sagen, unsere Karte soll zum Beispiel ein bisschen kleiner werden. Hierfür sollten wir dann auch noch unserer Karte ebenfalls eine Animation mitgeben. Und wenn ich jetzt hier drübergehe, dann geht unsere Karte so ein bisschen zurück. Das ist noch so, finde ich, ein bisschen ein verstärkender Effekt für unsere eigentliche Animation. Aber jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Unser Effekt steht, es funktioniert. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist zum Beispiel hier mit ein bisschen rumspielen, um zu sehen, wie euch das am besten gefällt, wie groß oder klein. Ihr könnt das zum Beispiel auch viel größer machen. Dann habt ihr viel mehr Border animiert oder ihr könnt es ganz, ganz klein machen. Dann habt ihr zum Beispiel nur ganz, ganz kleinen Teil der Border animiert. Damit könnt ihr ein bisschen rumspielen. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur euren Geschmack. Und dann eröffnet euch die Möglichkeiten, diesen Effekt überall einzusetzen. Schreibt doch mal in die Video-Kommentare, wo ihr diesen Effekt einbaut. Ob ihr den cool findet, langweilig oder was ihr als nächstes sehen wollt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche. Das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diesen Stellen supporten könnt. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.